Hallo meine Schönen, heute werde ich gemeinsam mit euch einen schönen Augen-Make-Up-Look schminken. Ich hoffe, dass er schön wird. Ich sage das so, ne? Mit einer neuen Palette und zwar von Nabla, die Dreamy 2. Ich habe dieses Produkt zugeschickt bekommen von dem Online-Shop Cosmetic for Less und habe mich sehr darüber gefreut, weil ich wollte die unbedingt. Ich habe schon die erste Nabla Dreamy Palette und finde sie fantastisch. Und die Dreamy 2 Palette hat so, so schöne Farben enthalten. Ich zeige sie euch mal. Die heißt nicht umsonst auch Mystic. Das steht zumindest hier vorne mit drauf. The Mystic Palette. Und das sind die Farben. Und ich war so begeistert, als ich die online schon gesehen hatte. Und es kribbelte mich in den Fingern, als ich sie dann bei Instagram gesehen habe, weil ich diese dunklen Töne einfach super schön finde. Ich möchte aber heute mal so ein bisschen in dieses wunderschöne Blau hineingehen, was ich hier sehen kann. Hier war ich einmal mit dem Finger drin. Das ist die Farbe Ram. Und dann gehe ich noch in die Farbe Mirabilia. Das sind diese beiden Töne. Ist auch so ein bisschen, ich würde fast sagen, lila. Also ich glaube, ich werde mich auf Ram konzentrieren. So sehen die beiden Farben erstmal im Swatch aus. Sieht so ein bisschen harmlos aus, ne? Aber ich werde das auf jeden Fall verstärken mit der Farbe Offline. Das ist dieser dunkle Ton hier unten. Das ist kein Schwarz, sondern das ist ein Rot-Braun. Aber sehr, sehr dunkel. Und das spricht mich einfach insgesamt. Diese Palette, also diese Farben sprechen mich einfach insgesamt so an. Und das harmoniert auch so schön miteinander. Zumindest erstmal so im Swatch. Ich weiß noch nicht, was rauskommt. Ihr werdet das jetzt gleich mit mir zusammen erleben. Und ich würde sagen, ich komme so ein bisschen näher ran. Und dann fangen wir mal an, meine Äuglein zu schminken. Ich werde mir zum Schluss auch noch ein neues Lippenprodukt von Nabla auftragen. Das ist ein Dreamy Metal Matte Liquid Lipstick. Ich glaube, das ist auch der einzige, der matt ist in der Reihe von Nabla. Aber ich bin sehr gespannt, wie der auf den Lippen dann aussieht. Also starten wir mit einem großen, fluffigen Blendepinsel. Und ich habe meine Augen so ein bisschen mit Concealer vorbereitet. Den habe ich aufgetupft auf meine Augenlider. Und habe auch ein bisschen loses, transparentes Puder darüber gegeben, sozusagen als Primer. Und jetzt werde ich erstmal in die Farbe Déjà-vu hineingehen. Das ist dieser schöne hellbraune Blenderton. Wir kennen das. Das wird immer gerne genommen als Übergangs- und Verblendefarbe. Und oh, das ist wieder typisch Nabla. Ich bin so begeistert von den Lidschattenpaletten von denen. Ich gehe da so einmal rein und fahre so hin und her. Und jetzt habe ich auch einen sehr guten Pinsel. Der hier ist von Miriam Yaks. Der verblendet auch die Produkte fast schon von alleine. Das ist so spielend leicht. Eigentlich bin ich schon fertig. Also viel mehr muss ich da nicht machen. Ich mache das nur aus Gewohnheit nochmal so ein bisschen. Fahre ich nochmal so drüber. Eine wunderschöne Übergangsfarbe. Richtig gut pigmentiert. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Leicht zu verblenden und sieht jetzt schon wunderschön aus. Jetzt kann man theoretisch mit jeder Farbe hergehen und das bewegliche Augenlid noch damit auffüllen. Und fertig. Dann macht man sich vielleicht noch einen Lidstrich oder verdunkelt außen noch ein bisschen. Und das sieht auf jeden Fall, wird auf jeden Fall gut aussehen. Ich werde jetzt einen Pinsel von Leni Brush verwenden. Den gibt es auch bei Cosmetic For Less. Das ist der Flat Shader. Das ist so ein richtiger Lidschattenpinsel in der richtigen Größe auch. Und gehe jetzt in die Farbe Rem hinein. Nimm ein bisschen Produkt auf. Und ich weiß noch nicht, wie das am Auge rauskommt. Aber das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Oh ja. Die Farbe schimmert. Scheint aber fast so ein bisschen durchscheinend zu sein. Also da ist richtig Glitzer drauf. Das ist richtig glitzerig und nicht so deckend, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Ich glaube, da muss man mit einem dunklen Ton mal drunter gehen. Dann kommt die Farbe mit Sicherheit. Oh, es hat geklingelt. Entschuldigung. So, jetzt ist der Krach vorbei. Also ich finde, es ist tragbar für den Alltag, weil es so relativ harmlos ist, finde ich. Und trotzdem interessant durch diese Glitzerpartikel. Ich mag das Ergebnis jetzt schon ganz gerne. Ich würde sagen, ich verblende jetzt. Also ich habe das jetzt nur so grob aufgetragen. Ich verblende jetzt mit dem Blendepinsel auch nochmal die Kante. Und dann werde ich außen noch ein bisschen verstärkt. Irgendwie hatte ich was anderes erwartet. Ich habe gedacht, die Farbe ploppt noch mehr auf. Hat sie jetzt nicht getan. Aber wir versuchen jetzt mal, den Pinsel nass zu machen. Ja, in der Tat ist es kräftiger. Das ist immer so, wenn man den Pinsel anfeuchtet und dann nochmal in die Farbe reingeht. Die kommt natürlich jetzt viel, viel kräftiger raus. So habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das gedacht. Das gefällt mir schon besser. Jetzt gehe ich in die Farbe Offline, in diesen dunklen Ton. Nimm ein bisschen was auf. Auch hier weiß ich nicht, wie der rauskommt. Und verstärke damit einfach das äußere Augenlid, so wie ich das immer tue. Nämlich ich jetzt nicht mein ganzes Make-up versaue, lege ich mir hier so ein Kosmetiktuch her. Dann kann ich auch nicht drüber malen und ganz entspannt tupfen und nachher auch blenden, sodass es auf jeden Fall harmonisch aussehen wird. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Es ist ein rötliches Braun, aber das Braun dominiert. Oh ja, das gefällt mir richtig gut. Das mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. Und dann wende ich mich mal dem unteren Wimpernkranz zu. Denn da sieht es auch immer sehr gut aus, wenn man die dunkle Farbe aufträgt, die ich jetzt hier außen auftupfe. Und dann aber auch ein bisschen was von dem Sparkle-Lidschatten einfließen lässt, sodass ich das oben und unten so wieder finde. Mit einem kleineren Blende-Pinsel verblende ich jetzt noch hier die harten Kanten. Und mit einem ganz schmalen Pencil-Brush gehe ich jetzt erst in den dunklen Ton hinein. Ich verwende nur eine Seite von diesem Pinsel. Ich habe nur die eine Seite jetzt benetzt und die andere Seite ist noch unbenutzt. Und schaffe hier eine Verbindung zu dem dunklen Ton nach oben sozusagen. Ich trage mir das auch relativ, also nicht super fein auf. Und auch, also schon zwischen die Härchen, aber nicht super fein, sondern schon ein bisschen breiter. Und gehe so ungefähr bis zur Mitte. Jetzt streiche ich den Pinsel so ein bisschen ab auf meine Handfläche einfach. Und drehe den um und nehme die unbenutzte Seite und gehe nochmal in die Farbe Ram, die ich jetzt auch auf dem beweglichen Augenlid trage. und tupfe das in die Mitte und gehe so ein bisschen nach vorne. Der Pinsel ist jetzt nicht nass, weil ich erstmal gucken wollte, wie das rauskommt. Es schimmert und glitzert natürlich auch im unteren Wimpernkranz. Und ich glaube fast, dass mir das reicht. Ich werde den Pinsel, diesen kleinen hier, für den unteren Wimpernkranz jetzt nicht feucht oder nass machen. Das gefällt mir jetzt schon total gut. Wartet mal ab, wenn da gleich Mascara drauf ist. Ich glaube, das wird der Burner. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich muss noch einmal hier unten am unteren Wimpernkranz etwas verblenden. Und auch hier oben nochmal ein bisschen. Und ich gehe auch nochmal so ganz kurz in die Farbe Déjà-vu, also in den Ausblendton und ziehe mir den ein bisschen höher. Also ich mache einfach nur so einmal so, pipp, gehe da so rein und nehme mir diesen braunen Ton nochmal her und verstärke das nochmal so ein bisschen. Mit einem frischen Pinsel gehe ich jetzt in die Farbe Pantheon. Das ist dieser helle, matte Ton. Den gebe ich mir hier unten unter die Augenbraue auf. Und den gebe ich mir auch in den inneren Augenwinkel. Ich glaube, da möchte ich nicht noch mehr Sparkle sehen. Da möchte ich es wirklich matt halten. Sparkle hätten wir hier auch. Jetzt habe ich nur keinen Finger mehr frei. Mit der Farbe Lucid Dream. Obwohl, könnte man ja mal ausprobieren, ne? Jetzt habe ich ihn eh schon am Finger. Der schimmert natürlich auch sehr stark. Und dann haben wir den vollen Glam. Passend zur Palette verwende ich jetzt auch eine Mascara von Nabla und zwar die Major Pleasure Mascara, die richtig schöne, schwarze, dichte und leicht verlängerte Wimpern auch macht. Ich setze sie an und ziehe sie hoch in leichten Zickzackbewegungen. Das funktioniert immer am besten. Sie biegt auch die Wimpern ganz gut. Also nicht so stark wie manche andere, aber das reicht mir jetzt in dem Fall aus. Und ich finde, das macht jetzt erst so den Wow-Effekt, oder? Finde ich schon. Was für ein Unterschied. Das ist so ein sehr, sehr schönes. Also mir gefällt es total gut. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr es findet. Kommen wir zu den Lippen. Hier hatte ich ja gesagt, trage ich diesen Liquid Lipstick auf in Matt. Dreamy, mein Gott. Dreamy Metal Matt. Ich zeige euch das, bevor ich jetzt wieder was Falsches erzähle. Und ihr danach schauen wollt und es nachher nicht findet. Gucken wir erst mal, wie der aussieht. Ob der überhaupt zu diesem Augen-Make-up passt. Ich würde jetzt fast schon ein bisschen was Pinkes auftragen wollen. Trotzdem habe ich mir den ja ausgesucht. Die Farbe heißt Anti-Matter. Und ich gucke mir den jetzt erst mal auf meinem Handrücken an. Wow. Ist der schön. Der passt natürlich jetzt nicht so gut dazu. Ich trage den trotzdem auf. Ich möchte den gerne auf meinen Lippen sehen. Ich kann ja später immer noch die Lippenfarbe ändern. Wow. Schon fast spacig würde ich das nennen. Ich finde wirklich, es passt nicht zu dem jetzigen Augen-Make-up-Look. Trotzdem gefällt mir die Farbe, weil die wirklich krass ist. Ich habe die, glaube ich, ein kleines bisschen zu dick aufgetragen, was nicht so schlimm ist. Ich werde sie sowieso jetzt wieder abnehmen. Ich wollte sie euch nur gerne zeigen. Und ich glaube, zu einem braunen oder rosé-goldenen Augen-Make-up wird diese Farbe hervorragend aussehen. Werde ich bestimmt auch nochmal schminken. Seht ihr dann bei Instagram oder in einem Video hier. Und jetzt mache ich die mal wieder ab und mache mir mal eine richtige Farbe drauf. Die, denke ich, besser passt. Ich habe mich entschieden für die Farbe Backtalk von Urban Decay. Die hatte ich ehrlicherweise schon die ganze Zeit im Kopf, als ich das Augen-Make-up gesehen habe. Und ich finde, sie passt auf jeden Fall viel, viel besser zu dem Augen-Make-up, weil es auch eher ein kühler Ton ist, der jetzt zu dem Augen-Make-up einfach besser passt. Ich verlinke euch natürlich die Produkte auch unten in der Infobox, die Palette, die Pinsel und auch den Lippenstift. Und was ich sonst noch trage, schreibe ich euch dazu. Ich mache mir jetzt erstmal die Haare auf, damit ihr den Look auch so sehen könnt, wie ich ihn jetzt tragen würde. Okay, wenn ich jetzt wirklich abends weggehen würde, würde ich mir vielleicht die Haare noch ein bisschen zusammenflechten oder zusammenstecken oder halt noch ein paar mehr Locken reinmachen oder so. Aber an sich finde ich diesen Look schon sehr, sehr ausgereif und sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen, wenn man so ganz nah rankommt und das Augen-Make-up betrachtet, ist das schon ein Hingucker und sehr, sehr schick, finde ich. Und einfach auch mal was anderes. Ich bin ja sonst immer so mehr so auf der braunen Seite, neutral, arbeite auch viel mit Schwarz, wenn ich was Dramatischeres schminke. Aber ich finde dieses besondere Lila mit dem Glitzer auch sehr, sehr schön und sehr gelungen. Und ich finde, das steht mir jetzt auch und kann man ruhig auch mal machen. Ein bisschen mal Farbe sich wagen. Und ich denke einfach, dass man mit der Dreamy 2 Palette auch noch ganz viele andere Looks sehr gut schminken kann. Denn hier ist auch ein super schönes, helleres Gold drin, ein schönes Altgold. Wenn ich mit beiden Farben arbeite und dann mit dem dunklen braunen ausblende, das sieht mit Sicherheit auch ganz, ganz toll aus. Ich kann auch richtig schön in dem rosé-goldenen Bereich bleiben, dass ich wirklich nur eine helle Farbe auftrage und dann vielleicht am Wimpernkranz mit dem dunklen Ton arbeite, schön Wimperntusche drauf. Das ist dann so ein reduzierter, schöner Alltagslook. Und dazu passt dann, glaube ich, auch, wenn man so ein bisschen pep möchte, auch die Lippenfarbe mit diesem Metallic Look sehr gut. Wenn man hier bei diesem rosé-gold bleibt, denke ich. Außerdem haben wir hier noch die Farbe Hidden Place. Das ist so ein schönes, also wenn man reinguckt, ist es ein schönes Taupe. Wenn man es ein bisschen kippt, wird es grünlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Ton rauskommt. Ich werde ja den mal swatchen. Doch, der ist grün. Der ist grün, verläuft aber so ein bisschen ins Bräunliche. Also ein ganz, ganz interessanter, toller Ton. Ich wollte zuerst mit dieser Farbe hier einen Look schminken, dachte aber, dass der dann insgesamt wieder zu bräunlich ist. Und ich wollte einfach mal was mit ein bisschen mehr Pepp machen. Das haben wir jetzt geschafft, glaube ich. Ich hoffe, die Palette gefällt euch genauso gut wie mir. Ich schminke gerne noch einen weiteren Look damit. Ich habe auch noch die Secret Palette hier von Nabla. Kann ich euch auch gerne noch einen Look mit zeigen. Wenn ihr möchtet, schreibt mir das alles gerne in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020